Wenn Sie gelegentlich ins Theater gehen, kennen Sie vielleicht den Begriff Rosenrolle. Rosenrolle heißt, eine Frau, eine Sängerin spielt eine männliche Figur. In der Regel ist es eine Mezzosopranistin und die haben wir heute Abend. Die Figur, die dargestellt wird, ist ein echt unfreundlicher Mensch, nämlich der Herr Olofsky, der in Wien einen Salon betreibt und permanent schlecht gelaunt ist. Ich habe nie rausgekriegt, ob das an seinem Wodka-Konsum liegt oder einfach daran, dass er zu viel Geld hat. Vielleicht kriegen Sie das raus. Herr Sink, Elena, könnt du schon... Oh je, die Laune ist nicht gut. Ich lade gern mir Gäste ein, man lebt bei mir recht weit. Man unterhält sich wie man mag, oft bis zum hellen Tag. So lange, weil ich mich stolz dabei, was man oft treibt und spricht. Ein Wiss, was mir auswischtet frei, glaubt ich meinen Gästen nicht. Und seh ich, es rungeriert, sieht jemand hier bei mir. So pack ich ihn, das ungeniert, werf ihn hin aus der Tür. So pack ich ihn, das ungeniert, werf ihn hin aus der Tür. So pack ich ihn, das ungeniert, werf ihn hin aus der Tür. Wenn ich mit andern sitz beim Wein und Flaschen, Flasche leer, muss jeder mit mir durstig sein, sonst werde grob ich sehr. Ein Schenkel, Glas um Glas ich ein, hat ich nicht widerspruch. Nicht nur einer kann ich, wenn sie schreien, ich will nicht ab genug. Wer mir beim Trinken nicht bariert, sie zählt wie ein Tropf. Dann werfe ich, ganz ungeniert, die Flasche an den Kopf. Dann werfe ich, ganz ungeniert, die Flasche an den Kopf. Und fragen Sie sich bitte, warum ich das denn tu? Warum ich das denn tu? Sie ist mal bei mir, so sieht ich ja klar, ach so'n guh. Sie ist mal bei mir, so sieht ich ja klar, ach so'n guh. Sie ist mal bei mir, so sieht ich ja klar, ach so'n guh. Vielen Dank. Applaus